In der herrlichen Abendstimmung, da wollen wir noch ein bisschen schaufeln. In der herrlichen Abendstimmung. Das ist mir noch nicht ganz gut. Und gleich geht die Sonne weg. Ja, ich muss jetzt hier noch meine Ringleitung verteilen. Einmal hier außenrum um den Abschlag. Mal eine Ringbewässerung und dann geht es weiter. Was hochinteressant ist, wir haben ja hier die Grasnarbe abgeschält und hier ist praktisch kein Unkraut aufgelaufen. Hier da so zwei, drei kleine Dinge. Aber sonst ist hier nichts aufgelaufen. Also tatsächlich ist das Abschälen eine unheimlich robuste Methode, um die ganzen Unkräuter, die ganzen unerwünschten Gräser wirklich wegzukriegen. Also ich hätte es nicht gedacht. Es läuft hier nichts mehr auf. Und von daher wird es dann hoffentlich eine sehr schöne homogene Rasenfläche. Ja, auch Sonne, nicht weggehen. Es sollen hier drei Beregner sein. Da in die Ecke einer, da in die Ecke einer und hinten einer. Um hier endlich eine sehr, sehr gleichmäßige Bewässerung hinzukriegen. Musik Bis zum nächsten Mal. So, jetzt hier mit der Leitung, zack, 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 reingeschmissen, Ventile gesetzt, fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.